Mindestens ein zugewiesener Gauge-Schalter. Dreimal angeschlossener Rollweg. Rollweg. Rollweg Richtungstool. Hä? Zaun? Nee. Rollweg. Oh. Ach du Scheiße. Aha. Ok. Moment. Demontieren. 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 Das ist ja total bescheuert, dass der jetzt einen bestimmten Abstand braucht. Oh, Mann ey. Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Bum 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 Zack, zack, hier... Rollweg, Rollweg, Rollweg! Okay, dann alles nur abbrechen. Ey, da musst du ja richtig aufpassen. Das ging früher ohne Probleme. Bauen wir halt hier XL hin. Die natürlich wieder demontieren, was für ein Geist. Oh, jetzt will der über eine Wand. 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 Okay. Okay. Nein, das ist alles falsch. Weil ich bin auf der falschen Ebene. Ah. Oh, wir müssen nämlich eins hoch. So. Da müssen wir jetzt die Türen einbauen. Und dann Deckenfloor und Crownfloor. Okay. Mindestens ein zugewiesener Gateshelder erfordert einen sicheren Bereich. Oh. Einen Zaun. Einen sicheren Fahrtanzeigen. Und sicheren Fahrtanzeigen. Das ist klar. Keine Ahnung, was das heißt. Mindestens ein zugewiesener Gateshelder erforderlich. Okay. Drei. Huch. Was ist denn hier passiert? Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So, ich würde schon fast sagen, dass wir hier, so, Rolltreppen nach unten. Rolltreppe, Treppe, Treppe nach unten. So, und dann nochmal eine Rolltreppe. Oh, hier mal was ich gleich. Okay. 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 So wie heißt jetzt dieses Ding was wir da jetzt brauchen, Gateschalter, genau. So, 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 so. 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 So, 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 so. So, so. So, so, so. 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 Der Sektor kann nicht vacatiert werden. Muss erreichbar sein direkt oder durch eine Tür. Hä? Wie? Was heißt das? Tadadadaa Okay. Achso, das war nicht erreichbar. Jetzt verstehe ich. So, brauche ich jetzt da Personal. Mal. 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 tickt das heißt 1 2 3 1 2 3 1 2 3 jetzt haben wir die hier oben besetzt